Ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich bin schwanger. Deshalb haben wir in den letzten Wochen versucht, alles für unser zukünftiges Baby vorzubereiten. Wir haben versucht, unser Zuhause zu renovieren und Oliver hat auch angefangen, als Polizeianwärter zu arbeiten. Und heute geht es auf zum Ultraschall. Und hier sind wir nun bei unserem Oliver auf dem Polizeipräsidium, denn er ist Polizeianwärter. Das hat sich nämlich die liebe Jenny in den Kommentaren gewünschen und ihr wart auch dafür. Und heute begleiten wir ihn zu seinem ersten Arbeitstag. Und das ist unsere Polizeiwache. Die habe ich mir gerade aus der Galerie heruntergeladen. Und sie sieht absolut großartig aus. Das einzige Problem unserer Verbrecher innen stehen jetzt hier draußen herum und sind nicht mehr in ihren Zellen. Aber ich finde, das war es wert. Als erstes müssen wir nun einen Fall zugewiesen bekommen und dafür müssen wir uns an den PC setzen. Und natürlich werden wir jetzt nicht jeden Arbeitstag mit unserem Oliver verbringen, aber ich dachte, beim ersten können wir ihn schon mal begleiten. Wir müssen bei Tatortuntersuchung helfen. Du musst die Grundlagen lernen, bevor du deine eigenen Fälle bearbeiten kannst. Du beginnst, indem du einem erfahrenen Polizisten bei der Untersuchung eines Tatorts zur Hand gehst. Und hier über dem PC werden wir nun zum Tatort reisen. An Tatorten findest du Spuren, die bei der Suche nach einem Verdächtigen hilfreich sein können. Untersuche beschädigte oder gestohlene Objekte und suche den Boden in der Nähe nach Spuren ab, um mehr Hinweise zu erhalten. Also wir müssen Fotos machen, Hinweise sammeln und mit Zeugen sprechen. Das ist Cole. Cole ist ein Zeuge. Deshalb werden wir gleich mal einen Zeugenbericht aufnehmen. Erfährt man hier gar nicht, was da überhaupt passiert ist? Hier haben wir jede Menge Staub. Da können wir ja mal nach Spuren suchen. Wir haben eine Geldtasche gefunden und einen Turnschuh. Wir werden ein Beweisfoto machen und dann das Beweismaterial sicherstellen. Auch hier können wir ein Beweisfoto machen und Beweismaterial sicherstellen. Eigentlich haben wir gerade ein Foto von Cole gemacht, aber okay. Probier's jetzt einfach in jedem Raum mal. Möglicherweise taucht ja noch was auf. Hoffe ich zumindest. Ansonsten können wir unsere Arbeitsaufgaben nicht erfüllen. Und das wäre ziemlich blöd. Oh nein, ich habe vergessen, dass ich eigentlich länger bleiben wollte. Deshalb haben wir heute nur angemessene Arbeit geleistet und 144 Simoleons verdient. Dabei wollte ich eigentlich, dass wir befördert werden. Aber jetzt, wo wir zu Hause sind, wird unser Oliver gleich mal zur Snow gehen und wird einmal mit ihr flirten. Und dann werden die beiden sich auch einmal küssen. Denn wie ihr im Intro schon gesehen habt, unsere Snow ist schwanger. Und mittlerweile sieht man das auch schon ganz schön. Was bedeutet, die beiden können nun zum Ultraschall gehen. Und genau das werden wir jetzt machen. Immerhin müssen wir herausfinden, ob wir ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Oder möglicherweise sogar Zwillinge. Und die beiden sind wieder da. Snow kann für die beiden mal etwas zu essen zubereiten. Immerhin war Oliver den ganzen Tag bei der Arbeit und hat noch nichts Vernünftiges gegessen. Und wie immer, unsere Auswahl ist nicht sonders groß. Es wird wieder eine Familiengröße. Hallo, hallo! Und während sie das macht, schauen wir uns das Ultraschall-Ergebnis an. Und Snow und Oliver bekommen tatsächlich Zwillinge! Wir bekommen zwei Jungs! Das passt einfach so gut. Zu schnell Wittchen und die sieben Zwerge. Also schreibt mir bitte gerne eure Namensvorschläge in die Kommentare. Und keine Sorge, selbst wenn in diesem Part schon die Wehen einsetzen, benennen werden wir die Jungs auf jeden Fall erst im nächsten Part. Und bald müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie es hier in diesem Haus weitergehen soll. Mehr als zwei Kinder haben hier auf keinen Fall Platz. Ich hätte mir gedacht, wir könnten hier eventuell ein kleines Badezimmer machen. Und die Babybetten können zu Beginn ja hier bei Oliver und Snow stehen. Weil irgendwie fände ich es ein bisschen eklig, wenn die Kids hier unten im Müll schlafen müssen. Und so fallen die beiden glücklich ins Bett und haben nicht die geringste Ahnung, was Serena im Schilde führt. Ich brauche noch etwas Zeit, ihre Schwester zu finden. Es ist schwieriger als gedacht. Was meinen sie mit noch etwas Zeit? Unser letztes Treffen ist Monate her. Ich weiß, aber sie ist nicht einfach aufzufinden. Könnten 20.000 Simoleons obendrauf die Suche eventuell beschleunigen? Dann wäre die Suche mit Sicherheit meine erste Priorität. Und hier sind wir nun bei unserer Serena. Die ist gerade dabei, mit ihrem Ehemann zu flirten. Jaden ist ja im letzten Part zum Senior geworden. Aber er sieht noch immer unglaublich gut aus. Und ich glaube, die beiden gehen gerade Techtelmechteln? Ja, sie haben sich gerade für ein Techtelmechtel entschieden. Ganz autonom dazu habe ich wirklich nichts beigetragen. Ich hoffe, dass die beiden verhüten. Immerhin habt ihr euch einstimmig dafür entschieden, dass Serena kein Kind von Jaden bekommen soll. Wow. Es wurde nicht verhütet. Und das war nicht mal ihr Bett. Das war nämlich das Bett von Gabriela, einer der beiden Stieftöchter von unserer Serena. Und wie man hier unten ganz gut sehen kann, ihre Stieftöchter wohnen nicht mehr hier. Offiziell war der Grund, dass die beiden nach Brightchester wollen, um dort zu studieren. Aber in Wahrheit hassen sie beide einfach ihre Stiefmutter. Aber mit ihrem Stiefsohn Julian versteht sie sich eigentlich noch ganz gut. Aber der hat jetzt anscheinend das Zimmer und Bett seiner Schwester übernommen. Dann wird die ganze Geschichte mit dem Techtelmechtel noch ein bisschen weirder. Gerade habe ich euch erzählt, dass Serena und ihr Stiefsohn sich eigentlich verstehen. Und dann das. Sie brüllt ihn am Frühstückstisch einfach an. Dann feiern sie Silvester. Ich habe auch nicht die geringste Ahnung, was hier passiert. Aber zumindest hat der Butler zum Frühstück Mini-Weggie-Burger gemacht. Und da können wir uns ja einfach alle mal bedienen. Dann hätte ich aber gesagt, dass sie sich noch ein bisschen mit Julian streitet. Sie wird ihn einmal beleidigen. Dann wird sie schlecht über seine verstorbene Mutter reden. Falls ihr euch gerade fragt, warum ich das so provoziere. Ich denke, das ist nur in Serenas Interesse. Denn wenn man bedenkt, ihre beiden Stieftöchter hat sie schon rausgeekelt. Und wenn sie Julian los ist, dann hat sie nur noch Jaden. Der mittlerweile auch schon ein alter Mann ist. Das bedeutet, Serena wird bald dieses ganze gigantische Haus nur für sich allein haben. Ihr könnt mir schon gern mal in die Kommentare schreiben, was wir dann mit all den überflüssigen Räumen machen sollen. Und natürlich auch, ob unsere Serena sich noch einen zweiten Ehemann suchen soll. Irgendwann wird sie ja Oliver heiraten, wenn unsere Snow dann irgendwann mal von uns gegangen ist. Aber das dauert ja immerhin noch. Ich finde, da hätten wir schon noch Zeit für einen Mann für zwischendurch. Aber apropos Snow. Was treibt denn sie eigentlich gerade? Heute ist der Tag aller Tage. Ich heirate meinen Oliver. Ich liebe ihn einfach über alles. Und bald sind wir auch zu viert. Oh nein! Haben etwa meine Wehen eingesetzt? Hier sind sie, meine wunderschönen Zwillinge. Zwei gesunde Jungs. Aber wie soll ich sie nur nennen? Aber wie soll ich sie nur nennen?